Hallo miteinander! Was sind das für schöne Vögelchen, die so gelb wie Schnäbelchen haben? Hänsel hat mir einmal erzählt, dass sie gegen einen jungen Burscht bei ihm rufen an den Haustür. Er hat ihn aufgemacht und sagte zu ihm, «Grüezi, Herr Fischer! Ich will gerne Ihre Tochter abholen, zum Fischen heute Nachmittag!» Hänsel sagte, «Tschuldigung, Sie sind wahrscheinlich falsch, man heisst ein Vogel!» Das hätte eine junge Burscht ja so direkt hei Gräben nicht wollen sein. Hätten schöne Woche. Tschau wieder, Hans!